Und, hast du schon heute Morgen geschnitten? Nein, woher ist es? Woher ist es? Ist das noch biologisch? Ja, abwappbar. Der Plastik kannst du den Röst anlassen. Ach, ihr könnt ja mit der Motorisierung. Ja, ja. Wir sind doch sowieso einmal beworfen hier oben. Und das kann man doch mit dem Radler dabei schieben. Auf dem Radler dann auch hier oben. Bei dem kann man auch noch ein Radler, wo wir immer was ballern können. Jede Woche, alle zwei Wochen, wenn er da mal Jungen aufbohlen will. Ja. 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 Ja, das ist die beste, wo es ist. Ja. 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 Ja.